Zentimeter liegend, kann im gedehnten Zustand, das ist ein bi-elastisches Material, bis zwei, zweieinhalb Zentimeter an Stoff sein. Und wenn Ihnen der irgendwo fehlt, im Dekolleté-Bereich, für die Dekolleté-Falte abzudecken, im Achselbereich, in der Länge vielleicht oder im Schulterblattbereich, dann ärgern Sie sich hinterher schwarz. So, ich lüfte, es ist weich. Ja, ob ein Baby drin war in dem Bauch oder ob Sie einfach älter geworden sind, viele Jojo-Diäten hinter sich haben. Viele Frauen haben ganz weiches Bindegewebe im Bauchbereich. Und jetzt? Sehen Sie? Ja, es wird straff gehalten, gefestigt, ja, von der Optik her, so richtig schön die Love-Händels, unsere Wellen werden in Kurven geformt und du zeigst es hier auch schon. Wir haben ein ganz hochqualitatives Haftband, meine Damen. Dieses Haftband, ja, haftet auf jegliche Art von Stoff. Auf Leder, auf Jeans, auf Leggings, auf Jaggings, Bengalin, Leinen, Korthosen, spielt keine Rolle. Und man hat so richtig im Knick sitzen, ja, also in der Leiste. Und egal, was du machst, es rollt nicht hoch. Und du hast ja diese tollen afrikanischen Rundungen, schlankere Taille, meine Damen, ja, mit einer schönen kurvigen Hüfte und einem knackigen Poppes. Ja, und da muss man wirklich sagen, da hat die eine oder andere Dame vielleicht Bedenken, oh Gott, das könnte hochrollen, ja, oder hochkremmeln. Gar nicht. Auch deine große, schwere Büste. Seien wir mal ehrlich, 29,99, da würdest du keinen vernünftigen BH für kriegen. Ja, da kriegst du ja drei Tops anstelle eines BHs. Und das Ganze ist ja auch noch Versandkosten befreit, meine Damen. Regulär würde dieses Top kosten, 44,99 plus sechs Euro Versandkosten. Ja, da lägen wir bei 51 Euro. Und ich finde, das ist auch, wenn sie sich beschenkt haben, auch mal ein schönes Geschenk für gestandene Damen aus der Familie oder aus dem Freundeskreis. So, und jetzt schauen Sie, wenn die Klamotte auch ganz eng oben drüber liegt, wie schön glatt das Ganze ist, wie wunderbar alles fällt und so. Ja, Strickware kann unfassbar gemein sein, aber hier haben Sie Selbstbewusstsein und ein gutes Körpergefühl, weil alles wird sicher gehalten. Schauen Sie, ich trage keinen BH mit einem Bügel oder Polster. Und wenn Sie jetzt gehört haben, dass es bis zu Haarkörbchen geht und Sie glauben es nicht, das sind G-Babys. Okay, wir sind eine Nummer kleiner als bis wohin es hingehen kann. Ja, du hast ja immer noch genug Platz im Büstenbereich. Ja, wirklich. Und vor allem, man kann sich bewegen. Also normalerweise, wenn ich das machen würde, ja, mit einem BH an oder sowas, dann müsste ich anfangen, alles zu justieren. Es sitzt alles an Ort und Stelle. Ja, das ist wirklich toll. Und wenn Sie Angst haben, weil Sie eine große Büste haben. Und...